Ach Gott, ich sag mal, der ist höher. Der ist niedriger. Muss bloß nicht verkacken. Leinhardt ist höher. Ja, 20 Minuten. Rhönhoff ist nicht so hoch. 5,5 Minuten. Ich habe mich das Gefühl, dass Torhüter immer einen sehr niedrigen Marktwert haben. Paulsen, der ist höher. Nur 7 Millionen? Der, würde ich sagen, ist die Träger. Scheiße. Aber meine lieben Leute, wir haben die 20 Punkte...